Es war einmal vor langer Zeit ein König, der eine wunderschöne Tochter hatte, die Prinzessin. Aber es gab ein Problem. Alles, was die Prinzessin berührte, würde schmelzen, egal ob Metall, Holz oder Stein. Einfach alles, was sie berührt, würde schmelzen. Aufgrund dessen fürchteten sich die Männer logischerweise vor ihr. Niemand wagte es, sie zu heiraten. Der König verzweifelte, was konnte er auch tun, um seiner Tochter zu helfen. Er konsultierte seine Zauberer und Magier. Ein Zauberer sagte dem König, wenn ihre Tochter etwas berührt, das in den Händen nicht schmilzt, wird sie geheilt sein. Der König war überglücklich. Am nächsten Tag veranstaltete er einen Wettbewerb. Jeder Mann, der seiner Tochter einen Gegenstand bringen konnte, der nicht schmelzen würde, würde sie heiraten. Und den Reichtum des Königs erben. Die drei jungen Prinzen nahmen die Herausforderung an. Der erste Prinz brachte eine Legierung aus Titan, aber leider schmolz sie, sobald die Prinzessin sie berührte. Der Prinz ging traurig weg. Der zweite Prinz brachte einen riesigen Diamanten mit in der Annahme, dass der Diamant die härteste Substanz der Welt sei und nicht schmelzen würde. Aber leider schmolz auch er, sobald die Prinzessin ihn berührte und auch er ging enttäuscht davon. Der dritte Prinz trat heran und sagte zur Prinzessin, steck deine Hand in meine Tasche und fühle, was drin ist. Die Prinzessin tat, wie ihr gesagt wurde, obwohl sie errötete. Sie fühlte etwas Hartes in seiner Tasche, hielt es in ihrer Hand und es schmolz nicht. Der König war überglücklich, ja das ganze Königreich war überglücklich und der dritte Prinz heiratete endlich die Prinzessin und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und was denkt ihr, was war der Gegenstand in der Tasche des Prinzen? M&Ms, es weiß doch jeder, dass sie im Mund schmelzen und nicht in der Hand.